Ist das noch ne Kirche? In irgendeiner muss die im Feuer jetzt sein. Die sind aber auch alle tot, ne? Es kann sein, dass es hier drinnen ist. Guck mal, da ist noch was. Na, muss heulen. Oh man, war mir hier überhaupt drin? Ja, war mir. Okay, Tür offen. So. Nee. Okay, da ist nix. Kann auch runter ja das sein. Ist ja gut, Leute. Heute rum. Hier haben wir es auch nicht. Hm. Scheiße. Hier war irgendwann... Da ist er. Ich geh da rein. Hellig jetzt. Geh rein da. Zack. Natürlich ist es hier unten. Kann man ja auch nur übersehen, ne? Das ist Öl. Hornsmen. Johannes. Lukas. Johannes Lukas. Ziel markiert. Hm. Hier ist er. Da wird keine Schnellreisepunkte ein. Ich. Weil es da keiner gibt. Oder keinen gibt. Wop. 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 Wuiiii. Müssen wir den echt markieren? Dass wir den haben? So. Da. Hoffentlich kriegen wir noch andere Informationen von ihm. Aber glaube ich nicht so dran. Ähm, einmal was gucken. Die hier alle tot sind. Die zwei empfehlen dann auch noch. So zwei Hinweise. Die Sichel. Die Glocke. Die Sechse. Und... Okay. Genau. Ich finde es auch immer geil, die oben an sich und dann dringt mit einmal um oder sonst was. Ich weiß nicht, ob das einfach sei. Seht mich nicht, seht mich nicht. Hatschi, bitch. So, ich freu mich, wo der ist. Da ist er. Und dort. Geh weg, du kennst. Wir brennen. Ich habe mich um meine Familie gesorgt. Und nur um sie. Ich liebe sie mehr als alles andere. Und die Familien, die durch den Orden umkamen? Waren sie es nicht wert, geliebt zu werden? Du bist Dänen. Du wagst es, vom Wert des Lebens zu sprechen? Für euch ist es weniger wert als die Axt. Das stimmt nicht. Ich sehe Ehre in vielen Menschen, an vielen Orten. Du hast gezeigt, dass dein Mitgefühl klare und unüberwindbare Grenzen kennt. Tschüss. So. Na, was bekommen wir? Okay. Den Orden. Richtiger Stein. Alles klar. Okay. Na gut. Einer, die beiden werden wohl die letzten Informationen für sie haben. Die Hake arbeitet in den Ruinen einer Kirche. Die Hake arbeitet in Kent. In Kent? Wo war Kent? Wo war Kent? Wo war es ja nicht mehr. E-Sex, äh, warte mal. Die Siche, untersucht das Salzberglager von Meldun an der Ostküste von E-Sex, äh, an der Ostküste. Hier ist das Salzberglager, alles klar. Okay. Sollte eigentlich schnell gefunden sein dann. Hm. Zumindest Informationen suchen, ne? Da unten ist das Salzberglager. Na, komm her. Wahrscheinlich, wenn ich schon so alles gesammelt hätte, dann wäre ich schon weiter. Naja, egal. Aber meistens habe ich ja Schnee-Reise-Punkte nur geholt. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, muss. Hallo. Hallo. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Ja, warte. Ja, ja. Komm mal her. Ich dachte immer noch. Doch hinter mir. Hab ich doch richtig gehört, fuck. Hab ich doch richtig gehört, ey. Aha. Sack. Stärb. Vor allem, er wollte mich gerade greifen. Mich würde nicht wundern, wenn das hier drin wäre. Sie wurde wohl verriegelt. Okay, er hat einen Schlüssel. Meins. Ich will... Ach, Evo. Oh, Mann. Ja. Deine auch. Olli. Das ist nicht geil. Danke. Das ist geil. Gehen. Hm. Okay. Ja, jemand muss denn noch den Schlüssel haben, ne? Tschüss. Er war weg. Danke. Hm. Aha, guck mal einen an. Oder auch nicht. Aber doch, von hier aus, okay. Ich glaub, da war auch grad die Nachricht drin. So. Man muss nur suchen. Das machen wir auch nochmal auf. Aber ist zur Ordnung, glaube ich. Und natürlich gleich wieder alles mitnehmen. So. Okay, weit genug gesprungen. Ich versteh nix. Hier wahrscheinlich noch weniger als ich. Was ist denn ne Schlüssel? Was ist denn da? Ach, da sind ja noch mehr. Ja. 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 Wie viel Schaden kann ich hinzufügen? Oh. Cool. Na komm mal hierher. Ich hab keine Pfeile mehr. Voll. Alle Pfeile verballert. Danke. Und Schlüssel, ne? Ja. Ja. Und Schlüssel. Mein Schlüssel. So. Okay. Ähm. Oh, der. Wo haben wir sie denn? Da. Okay. Okay. Machen wir die mal. Machen wir jetzt das mit uns Mitglieder. Gehört ja dazu. zur Vervollständigung eigentlich, finde ich. Ja, das wäre wieder diese Stadt. Oh, ich hab keine Weile mehr. Ah, das ist schon besser. Ja. Hehehe. Ich wollte eigentlich nicht blindern, aber gut. Hat er sein Anmer geworfen. Hallo. Hallo. Na, 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 na. Komm, Brüder. Beenden wir es. Na, voll ging es nicht. Danke. Hallo, wie du ganz schnell drückst. Hier drüben, Jungs. Hallo. Hallo. Da drüben, Jungs. Hallo. Kommt von den Seiten, strengt euch aus. Du bist nervig. Noch einer, der mich ausweiten will. Noch einer. Ach, come on. Bin er. Bestätigen. Ist das die Kette, an der du ziehst? Mich kettet niemand an. Ich befreie Englerland vom Schmutz für die Sicherheit meiner Leute. Ach, hör sich das einer an. Die Ausrede eines Verstands, der in Ketten legt. Hahaha. 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 Sorry. Jetzt müssten wir eigentlich noch eine Information kriegen, ne? Genau. Das ist das, was ich meine. Waffenruhne? Ähm, Waffenruhne. Was haben wir denn? Wenn du fünfmal geblockt hast, löst du eine Schlafbombe aus. Nee. Wenn du Gegner aus über 20 Meter triffst, wird Fernkampf in der Schande wird. Ah, ja. Okay. Egal. Egal, egal, egal. Borden. Die Hake arbeitet in einer Kirche. Was haben wir denn? Die Hake ist eine Frau. Auch ja, das war mir schon klar, irgendwie. Ähm. Untersucht die Kette der Flusswache am Ember in Zutsechse nordöstlich von Portcaster. Hä? Äh. In Zutsechse am Fluss Ember, nordöstlich von Portcaster. Zutsechse war hier am Fluss von Ember. Nordöstlich. Yeah. Anliegestelle Ember. Was müsste denn hier sein? Okay. Und ich reiste mal hin und bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Ach, nö. Das war ja die Stelle. Ich hasse das. Oh, man. Naja. Egal. Okay. Ähm. Das fehlt dann ja auch noch. Das, das, das. Die jeweils. Aber hier. Ja gut. Ist noch eine. Aber drei Informationen. Äh, zwei finden noch. Ja. Hm. Hier drüben. Da sollen die Informationen sein. Gucken wir doch mal. Wenn Ava hochklettert, anstatt rein zu steigen. Danke Ava. Hast du gut gemacht. Und der ist auch schon wieder. Oh man. Ich hoffe, ich sehe ja auch gar nichts. Es ist dunkel, wie das gerade ist. Hm. Wir sind gleich draußen. Ich hasse das nach rein zu springen, eigentlich, ne? Okay. Hier soll es sein. Oh, hier waren wir doch schon. Hm. Untersucht die Kette der Flusswache am Ember in Zutzexel. Nordöstlich von Podcaster. Nordöstlich von Podcaster. Wo war der Podcaster überhaupt? Podcast ist aber so ein kleines, kleineres Dorf, ne? Das London. Oxenaschier. Wo war Podcaster? Wo war Podcaster? Hä? Das muss ja eigentlich hier sein. Musik. Wo war Podcaster? Oder war das doch größer? Sind wir eigentlich auch richtig? zu Zutzexel. Ich weiß, dass es amüsiert, eine echte Glocke als Anspielung auf seinen Spitznamen zu spenden. Doch sein Sinn für Späße neigt an meine Nerven. Nichtsdestotrotz habe ich dafür gesorgt, dass die Garnison der Flusswache eine punktvolle Kirchenglocke erhält. Lass die Glocke wissen, dass der Schiffsführer seine Anweisung abwarten wird, bevor die Kirchenglocke auf den Ember verschifft. Da. Das ist aber die Garnison da vorne eigentlich. Das müsste das sein. Wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir einfach mal, ne? Können ja noch schief liegen. Eine Glocke. Bestimmt leben hier alle. Ja. Das müsste aber hier auch sein. Tschüss. Ja. Nicht deiner. Hallo. Ich glaube, ich war hier auch nicht überall drin. Hallo. Okay, hier gibt's Beute. Hier haben wir das. Da haben wir das rausgeholt beim letzten Mal. Hm. Da war ja noch was drin, okay. Okay. Warte mal. Dort Männer. Räuber. Wir haben euer Leben. Du gehörst mir. Ja. Hm. Okay. Wie immer klemmt alles. Machen wir das so. Und, Alter, Eva. zack. Danke. Achso, um da wieder rauszukommen, ne? Okay. Hier ist die Kette. Also, sind wir schon mal richtig. Würde ich mal so sagen. Also, hier sind wir schon mal richtig. Das war die Kette gerade. Hm. Das gestoppt wird ich nicht. Nö. Getroffen. Getroffen. Meine Pfeile. Okay. Dann kann das eigentlich nur da dann sein, irgendwo. Und ich hab's beim letzten Mal übersehen. Was muss denn hier irgendwo sein? Hm. Guck mal, jemals. Ob wir das finden. Weg mit der Glocke. Wird nur ein Airface sein. Hm. Wir müssen die Glocke leiten. Aha, welche Glocke? Du glaubst doch nicht, dass du so entkommst. Hallo. Was sag ich aber hier? Glocke. Ich feile dich einfach vor Baller. Okay. Hier schon mal nicht. Da gibt es Nahrung, die voll ist. So schießen voll wird. Na komm doch hier. Gott verfluche es euch, Sünder. Meine. Ich töte dich. Hm. Hey, was? Nein. Frau, in der Nacht. Die Ratte gehört mir. Ich danke dir. Hallo. Ach, hier ist ja noch einer. Hallo. Okay, was ist das? Das hatten wir beim letzten Mal schon gelesen. Okay. Hm. Alle sind voll. Hier ging es dann noch her. Hallo. Okay, man. Nö. Ja, dann wurde sie verriegelt. Und? Willi ist da noch eine Schlange. Hm. Okay. Oder bin ich doch vollkommen falsch hier? Was ist... Was war das? Okay. Ich glaube, hier hat ein Vogel genenzt. Und Silber geklaut. Ist aber auch nichts. Hm. Ich war doch jetzt schon eigentlich überall, oder? Könnte denn sonst noch eine Nachricht sein? Wenn das dann doch nicht hier ist? Autsch. Autsch. Gut gemacht, Evo. Hm. Oh boy. Vielleicht da unten irgendwo. Toll. Toll. Schade. Ja, ja. Hallo. Sagt der, der hier wegrennt. Ich hasse sowas, ey. Hasenfuß. Aber rennt selber weg. Klar. Er hat eigentlich keine Chance anzupreifen, aber gut. Hat dich. Okay. Ach, das dann, ne? Vielleicht liegt das auch da. Weiß man ja nicht. Und dort. Hm. Okay. Vielleicht liegt das ja echt da drüben. Könnte halt auch sein. Ups, das ist ein bisschen... Ich wollte gerade zeigen, das ist ein bisschen tiefer, oder nicht? Hallo. Gibt Leder. Sorry. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ist doch gut, Evo. Ich glaube, der ist wohl nachgefallen. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich wursen. Und das hat ein bisschen weh. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Warum sagst du, ich bin müde? Das ist auch immer so ein rumplitzender Typ. Okay. Hier gibt's Nahrung. Kann man sich hinsetzen? Wenn das nicht hier ist, bin ich völlig falsch. Okay. Okay, ich glaub, ich hab's. Aber erstmal gehen wir mal hier oben. Gucken, ne, ist nix. Okay. Ach, okay, boah. Vielleicht ist es doch da, aber ich bin halt runtergesprungen, ich Idiot. Das kann auch wieder so sein. Guck mal, ich hab'm Wachen. Come on. No, 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 na, 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 na. Ha, la, 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 la. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Hey, hier geblieben. Ah, okay. Ja, und Evo ist natürlich runtergesprungen. Was ich eigentlich nicht sollte. Okay. Das war's doch nicht. Nicht. Nicht, dass das wäre hier. Dabei war das Titan. Ach, Mann. Hm. Hm. Wo war denn Podcast da eigentlich nochmal? Was ist die Timse? Timse. Timse. Ihr seid Ember. Anliegestelle von Ember. Vielleicht ist es auch hier. Hm, das ist echt merkwürdig. Tja. Oh. Ich frage mich halt immer noch, wo hier Podcast da ist. Boah, bin ich blind. Fuck. Hier ist doch Podcast. Nord. Östlich. Das wäre dann aber diese Anliegestelle hier. Nicht da, wo wir jetzt sind. Okay. Okay. Ich wieder völlig ballerballer und völlig verrückt. So wie immer halt. Na ja. So haben wir nochmal... Nein. Nicht nochmal runterspringen. Guck mal einen an. Da kommst du auch runter. So haben wir übrigens nochmal Titan bekommen. Ist ja auch gut. Schlachtzug könnten wir da machen. Machen wir aber nicht. Müsst ihr uns mal wieder entlegen. Aber ich glaube, die Tafeln kriegen wir... finden wir so, ne? Für das Excalibur. Müsste ihn echt nochmal nachgucken, deswegen. Weil ich habe ja geguckt, wo da es Excalibur gibt. Und werde ich richtig gelesen, dass ich Tafeln finden muss? Naja. Typisch für mich. So. Klar ist das wieder ein... So ein Gebiet. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja. Wenn die uns sehen, machen wir sie platt. Okay, oder? Okay. Da unten war auch noch was. Wie kommen wir da unten rein? Jetzt mal gucken. Aber hier ist auch ne Kette. Guck mal. Natürlich. Schlagen wir zu. Ach he. Aha. Ach he. Ach du stirbst jetzt? Ach so. Ja, sag's doch gleich. Aha. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Hier mich auch. Mit dem Schlüssel. Er hat den Schlüssel. Aha. Autsch. Befrüge Haar hat. Da ist jemand ein Schlüssel? Oder wie ist das? Guck mal, das ist die Glocke. Das überlebst du. Ja, ich überlebe das. Da hast du recht. Ach, warte mal. Wahrscheinlich müssen wir die von oben reich schießen, ne? Fürst das Gitter wahrscheinlich da. Und? Wir können auch so machen. Toll. Tschüss. Tschüss. Hand offen. Müsste halt das sein. Guck mal, hier ist eine große Glocke. Hier haben wir sie. Okay. Da ist er. Wo haben wir ihn denn? Da. Genau. 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 Genau da. Wir haben jetzt alles hier. Okay. Okay. Können wir eigentlich mit Schlachtzug verbinden, ne? Dann hätten wir das auch schon mal, müssten wir später nochmal da hin. Können wir denn da hin? Ja. 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 Musst du da Ten. Naja. Der Frederick. Manchmal ist das so. W screensch. Was war das? plan Нör. So. Wahrscheinlich in der Kirche nun, oder? Klar, Eva. Hier waren wir aber auch noch nicht. Guck mal, da ist. Guck mal. Der teiltes Silber hat seinen Preis. Und wenn schon. Ich formte aus dem, was du böse nennst, etwas Gutes. Ich habe Leben verbessert, die mehr wert waren als das Silber, das man für sie bezahlte. Ich trauere nicht um jene, die wir zum Wohl aller verloren haben. Ach, was? Ja. 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 Okay, was hast du? Masche. So, wo haben wir die denn? Schwester Bliss wird der schattende Erzbischofs. Die Haag. Sie markiert. Ach, was. Schon wieder in so'n Dorf? Kendribrr. Kendribrr. Komm mal hin, dann. Das ist noch so viel zum Einsammen, eigentlich, ne? Ach, ja. Ja. Da drüben. Ja, können wir uns umher drum und her bewegen, ne? Ja. Das können wir auch nicht, aber ist mir egal. Ich hoffe, denn da... Ich hoffe, denn da... Wir sind dumm, wir schaffen das. Hör mal, nur die Person töten. Tschüss. Gibt es das? Da haben wir sie. Hey, Moment! Diesmal werden wir uns nicht raus. Haha. Hab dich. Autsch. Gegenseitig gestochen. Hab dich. Der Erzbischof zweifelte nie an meinem Glauben. Ich hütete meine Geheimnisse und scharrte Anhänger um mich. Ich war so fromm, er tat mir leid. Ich hatte für seinen Gott nie viel Liebe übrig. Nicht wie für die alten Götter, die wahren Götter, unsere Erschaffer. Du meinst, dein Leben war eine Lüge. Du hast deine Ehre im Meer versenkt. Als ich dem Bischof von meinem Glauben erzählte, ergriff ihn die Furcht. Also brachte ich ihn zum Schweigen. Diese Stille holt dich jetzt ein. Okay. Erledigt. Besiegt. Gefunden. Hinweise 3. Der Vater muss sich vor jemandem über ihn anverantworten. Der Vater ist Sachse. Der Vater erteilt folge Befehle. Heilig Dinger noch, ey. Besiege den Trinkspielmeister in den römischen Ruinen der Stadt. Lieg Questa in Lincestaschia. Wo war Lincestaschia? Die Karte ist zu groß, ne? Ich vergesse immer, wo was war. Gründerburg. Lincestaschia. Lincestaschia. Also hier. Das müssen wir machen, um mehr Informationen zu kriegen. Okay. Ich bin so behindert, beispielsweise. Ja. Was? Ach, come on. Verschuldige mir nicht auf den Sack. Ich freue mich dann einfach, das Ding eigentlich auf 100% zu kriegen. Hallo. Ich trecke Auer-Ochsen unter den Tisch. Komm her, ich zeige es dir. Ehrlich. Witzig hin. Witzig hin. Witzig hin. Du, du siehst durstig aus wie ein Fisch überm Feuer. Du gewinnst, wenn du das schneller herunterkippst als ich. Wir trinken. Okay, wollen wir mal. Wollen wir mal beim letzten Mal, glaube ich, verloren gegen ihn, ne? Einmal, wo ich das gemacht habe. Fack. Ja. Ich habe woanders hingeguckt, deswegen. Fack. ist aber nicht so aber gewonnen ich habe doch gesoffen wie du noch besser so untersucht die häuser nordwestlich der wassermühle in wailer chris die häuser nordwestlich der wassermühle in wailer chris wie gehen wir es erst an quail war nurig das ist halt fest untersucht die häuser nordwestlich der wassermühlen in weiler queren weg in west was muss eigentlich hier sein nordwestlich müsste eigentlich echt da sein ich sag mal so ich bin immer noch froh dass ich den ganzen schnelle punkte sonst wären wir viel länger unterwegs aber wirklich viel länger das ist eine brücke da brauchen wir nicht drüber schwimmen guck mal wildschwein tschüss wildschwein hallo er ist mal getreten bringt am meisten spaß die häuser wahrscheinlich wenn ich richtig liege wenn du richtig liegst siehst du wenn das licht angeht guck mal da ist schon mal ein stück da sind wir noch mehr in das hallo gemeinsam stück was haben wir da oh titta danke weinig na guck mal schatz da da schon mal nicht ja ja hallo hallo na guck mal da haben wir die nachricht ja schon danke und conela wo haben wir sie denn conela ist da okay tschüss anstatt erstmal alles mitzunehmen was es da gibt nö keine lust egal so hallo wie geht es dir davon kann man nie genug haben du solltest immer gut ausgestattet sein den kauf würdest du sicher nicht bereuen das müsste ich eigentlich echt mal alles kaufen das kannst du sicher gut gebrauchen mhm kann ich auch immer das ist auch alles so teuer ey du hast ein gutes auge für sowas findest du genau dein stil genau dein stil so etwas kann ich immer gut gebrauchen bitteschön bringt mir trotzdem nicht sehr viel will ich dir schaden egal hier haben wir damit einige verwende ich gar nicht so wie immer das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen mhm das würde doch reizend aussehen unglaublich noch besser als vorher noch besser als vorher ich kaufe dir das nur ab weil ich dich mag ich kaufe dir das nur ab weil ich dich mag äh so fertig gehst du schon? schade oh ja sehr schade nun muss ich gehen auf bald sehr sehr schade ok hier ist mal ein bisschen was geholt oh das Ding hab ich auch noch nicht komplett geblendet hallo na wer war schuld? wir müssen uns dem orden zuwenden er weist die menschen an ihrem platz er verspricht keine wahrheit aber wahre macht damit entehrst du den sinn des lebens nein 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 für mich ist der sinn die mehrung von macht wer oben ist wird noch höher steigen du wirst sehen wer oben ist kann auch sehr tief fallen so hab sogar Titanen von dir bekommen alles klar oder auch nicht soll wahrscheinlich Keine Hinweise hinterlassen. Ja gut, ganz tot ist hier auch nicht. Kann man nicht abschießen, okay. Jo. Ich würde sagen, aber den machen wir dann gleich. Ich hole mir erstmal die Hinweise. Ich liege den Meister im Würfel im Gasthaus von Booking Carmen Nutt, also in Oxenashia. Ich hasse das. Oxenashia. Oxenashia, aber wo? Oh Gott, ich hasse das. Oxenashia. 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 Wo war Oxenashia? Ja, ich bin doof. Ich weiß. Oxenashia in Bookingham. Bookingham. Würfel sch... Warum haben wir denn da keine Schnellreise? Hm? Naja. Egal. Kommt auch mal vor. Puh, 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 Vielen Dank.